Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 552. Ich bin Tobi, ich lese euch heute, was lese ich eigentlich vor? Goethe, glaube ich, ne? Ne, war letzte Woche. Also nicht letzte Woche, sondern letztes Mal. Kant, Emanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft, lese ich euch halt davor. Davor gibt es den Rilke der Woche und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken. Da geht es heute um das große, für manche spannende, für viele nervige Thema KI, künstliche Intelligenz. Und davor gibt es den Haltungsblock, denn dies ist eine gerade, Episoden 2, 552, also mache ich mich gerade und es folgt ein Haltungsblock. Im richtigen Player könnt ihr den überspringen, wenn ihr da keine Lust zu habt und einfach das nächste Kapitel anwählen, da wo es dann um künstliche Intelligenz geht. Und ich hoffe, das passt so für euch. Ansonsten, ja, hört euch eine andere Episode an. Die Ungraden, da mache ich mich nicht gerade. Im heutigen Haltungsblock möchte ich über die Europawahl sprechen und warum es wichtig ist, wählen zu gehen, auch bei einer ehemals als unwichtig und gerade bei einer ehemals als unwichtig betrachteten Wahl wie der Europawahl. Die Europawahl wurde in der Vergangenheit immer mal wieder als Möglichkeit angesehen, ach, da kann man mal so ein bisschen Protest wählen und ein bisschen Stunk machen, weil das ist dann nicht so relevant. Die Bundestagswahl ist ja die wichtige Wahl, da wird der Bundestag gewählt und der wählt dann den Bundeskanzler, die Bundeskanzlerin. Und die Bundestagswahl hat, glaube ich, ein relativ hohes Ansehen in der Bevölkerung, die Europawahl eher nicht. Und ich glaube aber, das ist ein Fehlschluss oder eine Missinformation, wie viele Dinge in der EU beschlossen werden, die direkt auf uns Einfluss haben. Das ist halt schon irgendwie beachtlich. Und ich finde das ganze Projekt EU, finde ich, sehr, sehr spannend und erfolgreich und beeindruckend und auch glückbringend. Also es macht mich wirklich glücklich, dass wir in Europa eine Institution oder mehrere Institutionen, die die Europäische Union ausmachen, haben, dadurch irgendwie sehr viel Frieden, haben, natürlich nicht absolut und überall, aber mehr als in der Zeit vor der Europäischen Union und eben auch viele gemeinsame Aktionen machen, Regelungen starten, uns gegenseitig helfen und dadurch Demokratie, Vielfalt und alle möglichen Dinge, die uns in Europa glücklicher und fortschrittlicher machen, irgendwie voranbringen. Es ist natürlich nicht alles so, wie man sich das wünscht und wie man sich das ausmalen würde, aber es ist halt immer so. In der Politik muss man Kompromisse finden und es wird nie so sein, dass alle immer komplett zufrieden sind oder auch nur, dass einer vollständig zufrieden ist. Denn das macht nun mal das Wesen einer lebendigen Demokratie aus, dass es unterschiedliche Meinungen gibt und da muss man Kompromisse finden. Und die besten Kompromisse sind halt so, dass keiner glücklich ist. Also jeder halt maximal, aber niemand vollständig. Und deswegen finde ich die Wahlen zum Europaparlament wichtig. Die sind dieses Jahr, 2024, am 9. Juni in Deutschland. Alle europäischen Länder wählen irgendwie in unterschiedlichen Tagen, weil es unterschiedliche Wahlsysteme gibt. Aber wir in Deutschland, oder gut, also ich hier in Deutschland und wir, die um mich herum sind, wählen am 9. Juni. Vielleicht hören ja auch ein paar Österreicherinnen, Schweizerinnen, andere Bewohner anderer Länder zu. Die wählen natürlich wann anders. Wichtig ist aber, dass ihr wählen geht. Und warum? Weil die Nazis gehen ganz bestimmt wählen. Die Mobilmachung bei faschistischen Parteien ist leider immer deutlich erfolgreicher als bei so der gemäßigten Mitte. Und deswegen ist es total wichtig, dass die Wahlbeteiligung hoch ist. Vor allem auch bei der gemäßigten Mitte oder bei den Aufgeklärten oder bei, ich weiß nicht, wie man sie nennen soll. Also bei den Nichtfaschisten, sag ich einfach mal. Weil bei jedem Nichtwähler aus dem nichtfaschistischen Lager wird halt das faschistische Lager stärker, potenzentual. Weil die Nichtwähler haben ja keine Vertretung im Parlament. Das Besondere am Europaparlament ist, dass es in Deutschland zumindest keine Sperrklausel gibt. Also sobald jemand genügend Stimmen zusammenbekommen hat für einen Sitz im Europaparlament, bekommt man den. Dadurch ist zum Beispiel bei den letzten Wahlen die Partei reingekommen. Ich glaube, letztes Mal sogar mit zwei Sitzen. Ich glaube, Volt hat auch einen Sitz bekommen. Und die sind halt weit unterhalb der 5-Prozent-Hürde gewesen, die man für eine Fraktion im Bundestag brauchen würde, bei einer Bundestagswahl. Das gibt es hier also nicht. Und ich habe mal ausgerechnet, bei der Wahlbeteiligung der letzten Europawahl hätten, haben in Deutschland sowas wie 600.000 Stimmen gereicht, um einen Platz im Europaparlament zu bekommen. Es gibt irgendwie 100 Sitze, knapp 100 Sitze für Deutschland im Europaparlament. Ein paar 90. Und ja, irgendwie so. Ich habe es mir ausgerechnet, war wahrscheinlich eigentlich auch falsch, aber ist egal. Also eure Stimme hat bei der Europaparlamentswahl mit noch einer höheren Wahrscheinlichkeit ein Gewicht als bei der Bundestagswahl, was ich toll finde. Und die Dinge, die in Europa passieren, sind wichtig. So. Warum sind sie wichtig? Weil wir halt gemeinsame Regeln brauchen für ganz viele Dinge. Zum Beispiel im Naturschutz. Europa hat das Haus für den Verkauf von Verbrenner-Neuwagen beschlossen. Das ist ja gerade eine stark diskutierte Sache. Und die CDU hat auf ihrer Webseite eine Umfrage gestartet. Sind sie eigentlich für das Verbrenner-Aus, ja oder nein? Dann waren sie mit dem Ergebnis nicht zufrieden, weil sie behaupten, es sei manipuliert worden. Ich will das auch gar nicht ausschließen, aber dann macht halt eure Umfrage besser. Ich weiß nicht. Aber das Ergebnis war sehr deutlich pro Verbrenner-Aus. Und das Verbrenner-Aus anzufechten, das kann man machen. Also man kann darüber diskutieren. Das ist genau das, wo Meinungsvielfalt irgendwie wichtig ist. Und alle, die gegen das Verbrenner-Aus sind, haben diese Meinung auch zu Recht. Und da können sie gerne der Meinung sein. Ich bin anderer Meinung. Ich glaube, dass das Verbrenner-Auto eine Technologie der Vergangenheit ist. Und jetzt noch am Verbrenner festzuhalten, ist halt eher rückwärtsgewandt als technologieoffen. Ja, ich weiß, da gibt es den angeblich technologieoffenen, geht es da um E-Fuels. Ich glaube aber, dass E-Fuels nicht eine Technologie der Zukunft ist, sondern eine Möglichkeit, die Technologie der Vergangenheit noch weiter aufrechtzuerhalten. Und mit Technologie der Vergangenheit meine ich den Verbrenner-Motor mit allem, was da drumherum existiert. Insbesondere die Schmierstoff- und Schmiermittelindustrie der Mineralöl-Konzerne, die ganz gerne weiter ihr Motoröl verkaufen wollen. Denn im Elektroauto braucht man kein Motoröl mehr. Elektroauto ist insgesamt viel, viel einfacher gebaut. Das heißt, man braucht weniger Leute, um ein Elektroauto zusammenzubauen. Und das passt halt vielen in der Verbrenner-Auto-Industrie nicht. Aber egal. So, das ist halt eine Meinung, da kann man verschiedene Meinungen haben. Wenn ihr überhaupt nicht wisst, was ihr wählen sollt bei der Europawahl, dann macht bitte den Wahl-O-Mat. Wenn ihr nach Wahl-O-Mat googelt oder auf bpb.de geht, dann findet ihr das sehr schnell. Wahl-O-Mat für die Europawahl24. Und da kann man sich einfach durch eine Liste von Fragen durchklickern und landet dann bei einem Ergebnis. Und diese Fragen sind nicht ganz einfach. Also das ist wirklich interessant, was da für schwierige Fragen kommen. Ich habe den auch mal gemacht mit meinem Sohn zusammen. Übrigens, falls ihr euch immer wieder wundert und irritiert, wenn ich ihr Sohn sage, ich hatte doch früher zwei Töchter, dachte ich auch, hatte ich mich geirrt. Der Jüngere ist halt ein Sohn und das ist gut so. Genau, mit dem habe ich das zusammen gemacht. Und gleich die erste Frage ist, die EU soll eigene Steuern erheben dürfen? Stimme zu, neutral, Stimme nicht zu. Und das ist ein bisschen schwierig, weil eigentlich finde ich es gut, wenn die EU eigenes Geld hat sozusagen und nicht nur von der Umlage lebt. Aber letztendlich ist das eine finanzpolitische Frage, die eigentlich zu komplex ist, als dass ich da eine großartige Meinung zu haben müsste. Deswegen habe ich da neutral geklickt. Nicht, weil ich irgendwie, weil ich nicht dafür oder dagegen bin, sondern das kommt halt darauf an. Es gibt ganz viele Fragen, da würde ich mit, das kommt darauf an, antworten. Zweite Frage ist übrigens schon gleich, die mit den Verbrennungsmotoren. Sollen auch nach 2035 in der EU noch neu zugelassen werden können. Es geht übrigens nicht darum, den Verbrenner zu verbieten. Alle Verbrennerautos, die bis 2034 verkauft werden, dürfen natürlich auch nach 2035 noch weitergefahren werden. Das heißt, noch zehn Jahre lang geht es darum, dass weitere neue Verbrennerautos gebaut und verkauft werden sollen. Nur nach 2035 sollen keine neu zugelassenen Verbrennerautos mehr zugelassen werden. Das heißt, dann kann man keine Neuwagen mehr neu zulassen, sozusagen. Gebrauchtwagen allerdings schon. Ne, können nicht mehr zugelassen werden. Stimmt, natürlich können Gebrauchtwagen dann nicht mehr neu zugelassen werden, aber eine gültige Zulassung kann man natürlich noch weiterlaufen lassen. Das heißt, es werden auch im Jahr 2050 wahrscheinlich noch Verbrennerautos rumfahren, wenn sich dann jemand den Sprit noch leisten kann. Denn auch E-Fuels werden ja nicht kalkünstig sein. Egal. So, ich schweife schon wieder ab. Macht den Wahl-O-Maten, wenn ihr eine andere Meinung habt als ich zu den Verbrennerautos, ist das auch vollkommen in Ordnung. Könnt ihr gerne zustimmen. Kriegt ihr wahrscheinlich am Ende die CDU empfohlen. Wenn euch am Ende die AfD empfohlen wird, dann reflektiert doch mal bitte, ob ihr hier bei mir schon mal zugehört habt. Ob ihr mir wirklich weiterhin zuhören wollt. Dann seid ihr hier vielleicht einfach falsch. Das ist eine faschistische Partei. Bitte wählt sie nicht. Und bitte, wenn ihr deren Thesen unterstützt, dann überlegt mal, was bei euch los ist. Bei allen anderen Parteien. Nein, bei vielen anderen Parteien. Würde ich nicht sagen. Die Heimat ist natürlich noch so eine rechtsexistische Partei. Das war früher die NPD. Ist zum Glück bedeutungslos geworden. Genau. Bei mir ist übrigens ganz interessant, an erster Stelle nicht etwa die Grünen rausgekommen, sondern gleich auf. Also punktgleich. Aber an erster Stelle die, wie heißen sie doch gleich? Jetzt habe ich es schon wieder vergessen. Wer steht zur Wahrheit? Ich habe es natürlich nicht vergessen. Sondern es ist mir nur aus dem Gedächtnis gerutscht, wie sie denn heißen. Das sind die Klimakleber. Da, die letzte Generation. Genau. So heißen sie natürlich. Die letzte Generation erstatt 2024 aus der gleichnamigen Gruppe von Klimaaktivisten. Sie spricht sich unter anderem für den Ausstieg aus fossilen Energieträgern bis 2030 und gab Abgaben auf hohe Vermögen aus. Genau. Interessanterweise bei allen den Fragen, die ich beantwortet habe, war Platz 1 letzte Generation, Platz 2 aber punktgleich die Grüne. Und die AfD war tatsächlich ganz unten. Und das war, fühlte sich richtig an. Was ich jetzt fahre, weiß ich noch gar nicht. Ich bin ja so ein bisschen enttäuscht von den Grünen, vor allem hier auf lokaler Ebene. Aber so heißt es drum. Genau, klickt euch das durch. Es gibt übrigens auch ein Wahlbot. Das heißt, wenn ihr beim Wahl-O-Mat seid, dann ist unten rechts so ein kleiner Roboter. Der Wahlbot. Und mit dem kann man dann chatten. Das ist so ein kleiner Chatbot. Ich habe mit dem mal so ein bisschen rumgespielt. Das ist ein bisschen eingeschränkt, wenn man eine komplexere Frage stellt, bekommt man meistens. Das weiß ich nicht. Da musst du mal googeln oder so. Ich weiß gar nicht, wie dann die Antwort ist. Soviel zum Haltungsblog. Ja, und falls ihr den Haltungsblog gerade gehört habt, dann habe ich als letztes etwas über einen Chatbot erzählt und da fast zu einem ähnlichen Thema wollte ich euch heute ein bisschen was erzählen. Übrigens beides aufgrund von Wünschen im Discord. Es gibt ja einen Einschlafen-Podcast-Discord-Server, wo ihr euch untereinander unterhalten könnt. Da gibt es auch einen Haltungskanal, auf dem man über Haltung sprechen kann. Das ist auch immer ganz interessant. Und ein Kanal für Themenvorschläge. Und da kam der Themenvorschlag, spricht doch nochmal über KI. Das habe ich zwar schon mal gemacht, aber war ein guter Vorschlag. Und es kam auch der Vorschlag, spricht doch mal über die Europawahl im Haltungsblog. Das habe ich ja gerade gemacht. Insofern geht es jetzt hier um künstliche Intelligenz. Und ich habe schon mal darüber gesprochen. Da war das Thema aber noch ein bisschen kleiner. Also da war es noch nicht so, also ja, irgendwie doch in aller Munde und irgendwie weltbewegend. Also lasst mich kurz ein bisschen ausholen. Künstliche Intelligenz, das ist eine Disziplin innerhalb der Informatik. Das sage ich jetzt so geschwollen, weil ich vorhin gerade den Wikipedia-Retikel dazu aufhatte. Es ging schon um künstliche Intelligenz in der Informatik, als ich damals Informatik studiert habe an der Uni Hamburg mit Prof. Dr. Klaus Brunstein. Oder bei, nicht mit, sondern bei. Und damals gab es den Chatbot Elisa, dem man künstliche Intelligenz unterstellt hat. Künstliche Intelligenz ist quasi die Disziplin der Informatik, die probiert, rechnergesteuert menschliche Intelligenz zu simulieren und intelligente Dinge tun zu können. Und das ist natürlich ein relativ weit gefasstes Feld, weil Intelligenz ja auch relativ weit gefasst ist. Eine Unterdisziplin von künstlicher Intelligenz ist das Maschinelle Lernen, Machine Learning, ML. Ich werde heute übrigens auch viel mit Abkürzungen sprechen. Ich versuche die alle nochmal auszusprechen, wenn ich daran denke. Aber die Abkürzungen sind in diesem Feld so weit verbreitet, dass ich da vielleicht manchmal nicht dran denke. Bitte setz mir nach. Also Machine Learning. An die Zisnien werden natürlich auch viel vorkommen, weil die in der Informatik leider sehr weit verbreitet sind. Also machinelles Lernen bedeutet, dass ein Computerprogramm nicht vollständig programmiert wird, sondern dass quasi ein Modell programmiert wird, das dann mit mathematischen, statistischen Funktionen ausgestattet wird und dann lauter Beispieldaten bekommt als die Lerndaten sozusagen. Training Data. Ja, wie sagt man das auf Deutsch? Trainingsdaten. Genau. Bekommt dann dieses Modell. Mit diesen Trainingsdaten gefüttert ist es dann irgendwann vollständig ausgestattet und dann kann man diesem Modell halt Aufgaben geben, die es dann mit diesem trainierten Modell versucht zu erledigen. Ja, und das ist mittlerweile dann so weit fortgeschrieben, dass jetzt nicht nur künstliche Intelligenz dazu genutzt werden kann, um Aussagen zu treffen. Also ist auf diesem Bild eine Katze abgebildet? Zum Beispiel ist eine Aufgabe, die man sehr toll einem KI-System vorgeben kann. Das können normale Algorithmen, die nicht Machine Learning haben oder KI haben, also künstliche Intelligenz, die ganz mäßig aufgebaut sind. Das kann man nur sehr, sehr schwer programmieren, dass man dem irgendein zufälliges Bild von einer Katze oder irgendein Bild vorgibt und dann fragt, ist darauf eine Katze oder ist darauf ein Hund. Und diese Aufgabenstellung, die lässt sich halt ziemlich gut mit künstlicher Intelligenz oder maschinellem Lernen erledigen und sehr schlecht nur mit der klassischen Ausprogrammierung sozusagen. Und jetzt ist halt letztes Jahr noch eine weitere Unterdisziplin der künstlichen Intelligenz dazugekommen. Und das ist die generative künstliche Intelligenz, also Generative AI, Artificial Intelligence. So, und darunter versteht man künstliche Intelligenz, die Dinge erstellt, wo man dann quasi ein, also generieren, generative, generierend. Das heißt, man gibt eine Aufgabe und das System erstellt einem daraus irgendwas. So, und da gibt es halt verschiedene Modelle, die entweder Text ausspucken. Das bekannteste davon ist sicherlich ChatGPT von OpenAI, die übrigens von Microsoft gekauft worden sind. Aber da gibt es ganz viele verschiedene Modelle, die das tun. Ich glaube, noch kurz vor den textausgebenden generativen KIs gab es die bildausgebenden generativen KIs. Das war sehr beeindruckend, als das angefangen hat. Und hier ein kleiner Disclaimer. Ich arbeite ja für Adobe und Adobe hat natürlich auch so etwas im Portfolio, weil wir ja in der Bildbearbeitungssoftware vertreten sind. Wir haben da so ein kleines Produkt, das nennt sich Photoshop. Kennt vielleicht der ein oder andere. Das ist halt die Firma, für die ich arbeite, hat das erfunden vor 40 Jahren. Genau. Und genau. Wir haben auch ein eigenes Produkt, das nennt sich Firefly, womit man mit einem Textprompt dann Bilder erstellen kann oder noch ganz viele andere Sachen erstellen kann. Und deswegen kann es natürlich sein, dass es hier manchmal ein bisschen klingt wie eine Werbeveranstaltung. Ich versuche aber relativ nüchtern zu beschreiben, um was es eigentlich geht. Und ich werde ja auch von Adobe nicht für diesen Podcast bezahlt. Es wird nur toleriert, dass ich das in meiner Freizeit als Hobby mache. Musste toleriert werden, weil ich von euch auch Geldgeschenke bekomme, die ich auch bei der Steuer angebe. Es ist also quasi ein Nebengewerbe, ohne dass ich jetzt hier ein Gewerbe angemeldet habe. Auf der Steuererklärung ist das dann sowas wie Einkünfte aus nicht gewerblicher Tätigkeit oder so. Ich weiß gar nicht, ob ihr das wusstet, aber alles, was ihr mir zukommen lasst, in finanziellen Sachen über Paypal oder mein Spendenkonto, muss ich versteuern. Das mache ich auch ganz brav. Und das deckt halt meistens so die Kosten, die ich habe. Und wenn ich dann meinen neuen Rechner brauche, also privaten Rechner, dann benutze ich den ja im Wesentlichen für diesen Podcast und den setze ich dann da auch ab. Deswegen ist meine Steuererklärung schon ganz schön kompliziert. Aber jetzt schweife ich wirklich ab. Ein KI-System zu erstellen einer Steuererklärung, das wäre es mal. Nein, also genau. Adobe, Firefly, das Ganze. So, man kann also mit einem Text Prompt, die Eingabe bei diesem System heißt Prompt, also eine Fragestellung sozusagen. Was heißt denn Prompt eigentlich auf Deutsch? Ich gucke mal eben, Prompt, Deutsch. Eingabeaufforderung. Stimmt, früher hieß Stichwort. Achso, im Theater heißt Prompt Stichwort. Am Computer heißt Prompt die Eingabeaufforderung. Das ist ja auch, wenn man an einem Terminal sitzt. Der Prompt ist da, wo man seine Eingabe reinschreibt. Naja, passt schon. Prompting oder Prompt Engineering sind so die neuesten Anglizismen, die wir jetzt lernen wegen der generativen KI. Das ist das, was man da reinschreibt. Das ist die Aufforderung. Zum Beispiel generiere mir ein Foto von einem Vogel, der eine Sonnenbrille auf hat und auf dem Surfbrett die Alpen runter surft. Also das wäre ein Prompt. Und dann gibt es halt verschiedenste Systeme, die einem daraus ein Bild machen können. Die Ausgabe von diesen generativen KIs kann aber auch was anderes sein. Textbild, schon genannt Bewegtbild, geht mir leider auch. Also das kleine Videosequenzen erzeugt werden. Was heißt klein? Also es können Videosequenzen erzeugt werden. Und dann ist es ja eigentlich auch nur noch eine Frage der Zeit, bis komplette Spielfilmlängen Videos per KI erzeugt werden. So und Musik geht auch. Musik ist ja auch nur eine Form von Daten. Also Sounddaten, das was ihr jetzt gerade hört, ist ja auch quasi digital zu euch übertragen worden. Meine Stimme, ich spreche zwar in ein analoges Mikrofon rein, wo die Signale von der Membran in einen kleinen elektrischen Impuls gewandelt werden, dann durch ein XLR-Kabel in ein Interface laufen. Falls es euch interessiert, das ist ein Sennheiser MK4. Und das läuft dann in ein Steinberg-UR22-Interface. Und in diesem Interface wird dann aber dieses elektrische Signal aus dem XLR-Kabel in ein elektronisches Signal, also 0 und 1, gewandelt und per USB an den Rechner übertragen. Der Rechner zeichnet das auf. Ganz brav wandelt das dann am Ende um in eine Datei. Die Datei schicke ich zu Aphonic, da wird das alles nochmal hübsch gemacht. Landet dann auf einem Server, dem CDN, was der Falk programmiert hat. Und von dort könnt ihr es dann runterladen und abspielen. Und euer Abspielgerät wandelt dann die elektronischen Signale wieder in elektrische Signale um. Und die elektronischen, alle elektronischen Signale können halt von einer generativen KI erzeugt werden. Also natürlich auch Sprache und Musik und alles Mögliche. Ja. Was ist nun davon zu halten? Also ich glaube, damit habe ich ganz gut abgerissen, was KI ist und was generative KI ist im Besonderen. Und ja, da kann man jetzt dafür oder dagegen sein. Genauso wie bei dem Internet. Ich meine, es gibt auch Menschen, die sind gegen das Internet oder gegen Verbrennerautos oder so. Das kann man sein. Dadurch geht das aber nicht weg. Es sei denn, es gibt dann Gesetze, dass es irgendwann nicht mehr gemacht werden darf. Ich halte es für unwahrscheinlich, dass es ein Gesetz geben wird, dass generative KI nicht mehr eingesetzt werden wird. Aber die EU hat ja immerhin den AI-Act beschlossen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so genau, was drinsteht. Müsste ich mich wahrscheinlich mal damit beschäftigen, was es denn eigentlich bedeutet. Ich habe hier gerade mal gegoogelt, AI-Act. Ja. Findet man erstmal was von einem Beratungsunternehmen, was man denn tun muss, dass es ganz, ganz kompliziert ist. Vielleicht sollte ich nicht auf Sponsored Links klicken. Da, Europäisches Parlament, da ist der AI-Act. Steht denn da so drin? Naja. Unacceptable risk. Also warum lese ich das jetzt auf Englisch? Gibt es das auch auf Deutsch? Bestimmt. Da oben kann ich umschalten. Kann auch auf Dänisch umschalten und euch Dänisch vorlesen. Das ist wahrscheinlich nicht so sinnvoll, ne? KI-Systeme stellen ein unannehmbares Risiko dar, wenn sie als Bedrohung für Menschen gelten. Diese KI-Systeme werden verboten. Mhm. Social Scoring ist verboten in der EU. Das ist doch toll. Genau. Naja, aber also sowas wie Firefly von Adobe oder irgendein anderes generatives KI-System, wo halt Bilder rauskommen, da ist jetzt nicht unbedingt die Menschheit bedroht. Was natürlich bedroht ist, sind die Aufgaben oder Aufgabenfelder von bestimmten Leuten. Das heißt, wenn man bisher einen Job hatte, wo man den ganzen Tag da sitzt und irgendwelche Bildchen macht für irgendwelche Werbeagenturen oder sonst was, dann verändert sich der Job. Und wahrscheinlich kann man dann auch wieder Leute wegrationalisieren, weil man einfach viel schneller irgendwelche Bilder generieren kann. Ähm, die Musikindustrie ist ja auch ein heller Aufruhr wegen suno.ai. Das ist eine Webseite, wo man Musik erzeugen kann. Und ich habe damit auch mal ein bisschen rumgespielt. Ich habe es wahrscheinlich auch schon mehrfach in verschiedenen Podcasts gehört. Ähm, da gibt man irgendwie einen Text ein oder lässt sich auch noch einen Text erzeugen. Man kann sich natürlich auch mit JetGPT einfach einen Songtext schreiben lassen. Das habe ich auch schon mal gemacht. Stimmt, den hatte ich dann hier auch vorgelesen, ne? Ähm, meine Game of Thrones Songreihe wollte ich da immer machen, aber ja. So, und dann kann man dann da reinschnecken, den Songtext. Und dann kann man noch eine Musikrichtung angeben. Und dann wird halt ein Songfragment erzeugt. Und das ist teilweise erschreckend schlecht, was dabei rauskommt. Teilweise klingt es aber auch so wie diese belanglose Musik aus dem Radio, die man manchmal hört. Und ja, das ist natürlich irgendwie eine Bedrohung. Und für, also für bestimmte Betätigungsfelder. Also es ist keine Bedrohung für die Menschheit. Es ist einfach nur eine Bedrohung des Status Quo. Das ist ja immer so, wenn eine Innovation kommt, dann ist der Status Quo bedroht, beziehungsweise auch gleich hinfällig. Es ist halt Veränderungen, die passieren, ne? Als das Auto erfunden wurde, waren halt die Hufschmiede wahrscheinlich in heller Aufregung. Wenn jetzt alle mit dem Auto fahren müssen, müssen wir ja gar keine Hufeisen mehr machen. Wenn, als die CD rauskam, war die Plattenindustrie irgendwie, ne? Und ein besseres Beispiel ist wahrscheinlich Spotify, Online-Musik-Streaming oder Apple Music. Als das rauskam, war die Plattenindustrie, Schallplattenindustrie natürlich in heller Aufregung. und hat ja auch ordentlich zu knabbern gehabt oder immer noch zu knabbern. So, und dann müssen sich halt, wenn neue Dinge entstehen, entweder müssen diese Dinge reguliert werden oder man kann sie gar nicht regulieren. und man muss halt als Gesellschaft einen Umgang damit finden. Damit man aber einen richtigen Umgang mit generativen KIs finden kann, sollte man noch auf ein paar Sachen achten. Und mir ist wichtig, dass die breite Bevölkerung versteht, was denn da eigentlich für Ergebnisse rauskommen. Denn das, was aus so einer generativen KI rauskommt, ist nicht notwendigerweise die Wahrheit. Also das ist halt ein Ergebnis aus einem Prozess, wo man vorher vielleicht auch gar nicht genau weiß, was dabei rauskommt. Es ist aber auf gar keinen Fall korrekt oder nachvollziehbar oder sonst etwas. Sehr schön ausprobieren kann man das am Beispiel von ChatGPT. Also das ist ja quasi ein allwissendes System. Man kann ChatGPT irgendeine Frage stellen und dann gibt ChatGPT irgendeine Antwort oder mal eine Aufgabe stellen, schreibt mal einen Hausaufsatz zum Thema das und das und dann kommt da irgendwie ein Text raus. Und das sieht natürlich äußerst hilfreich aus. Aber es ist eben nicht notwendigerweise korrekt, was da rauskommt, sondern es ist halt allenfalls plausibel. Und das ist ganz wichtig, dass man diesen Unterschied kennt und darauf achtet, wenn man das benutzt, ist das irgendwie nicht notwendigerweise korrekt. Das könnt ihr ganz leicht ausprobieren, indem ihr ChatGPT eine große Matheaufgabe stellt. Also einfach sowas wie zwei vierstellige Zahlen multiplizieren. Ich habe das mal ausprobiert mit 2376 mal 3487 und da behauptet ChatGPT, dass da 8.294.112 rauskommt. Das ist aber falsch. Und wenn man es ChatGPT dann sagt, dann sagt er, Entschuldigung für einen Fehler, da kommt eigentlich was anderes raus. Und dann habe ich ihn nochmal gefragt, kannst du eigentlich Mathe? Und dann sagt er, yes, I can perform mathematical calculations. Also ja, ich kann mathematische Berechnungen durchführen. Frag mich einfach. Und das ist aber falsch. Also ChatGPT kann kein Mathe. ChatGPT kann nur auf mathematische Anfragen halbwegs plausible Antworten liefern, die auf den ersten Blick plausibel aussehen. Das heißt aber nicht, dass sie korrekt sind. Also gerade bei schwiegeren Aufgaben, wo es vielleicht noch nicht genug Trainingsdaten im Netz gibt. Also ich weiß nicht, wie viele Internetseiten es gibt, auf denen die Lösung, die korrekte Lösung für 2376 mal 3487 steht. Anscheinend nicht so viele. Denn ChatGPT weiß die Antwort nicht. So, einen Algorithmus zu schreiben, der einem das ausrechnet. Also man kann ja einfach einen Taschenrechner eingeben. Das ist sehr einfach. Also es ist kein technisch unlösbares Problem, zwei vierstellige Zahlen miteinander zu multiplizieren. Und ChatGPT kann es nicht, sondern ChatGPT erzeugt halt eine Antwort, die irgendwie plausibel aussieht, sodass man, wenn man nicht nachprüft, ob es denn richtig ist, das für richtig halten kann. Und bei kleineren Matheaufgaben ist das sicherlich korrekt. Ich kann ja hier mal eingeben, what is five times seven? Und dann kommt 35 raus. Und das ist natürlich korrekt. Also da ist es dann nicht nur plausibel, sondern auch korrekt. Aber bei größeren Multiplikationen ist es halt plausibel, aber inkorrekt. Und das sollte einem eine Warnung sein, wenn man ChatGPT verwendet, um korrekte Lösungen zu finden. Dann ist man auf dem Holzweg. Also da landet man ganz schnell in Bereichen. Also sobald es ein bisschen komplexer wird, ein bisschen spezieller wird, wo ChatGPT halt einfach keine Ahnung hat. Ich habe mittlerweile gehört, dass es Leute gibt, die in der Python-Programmierung oder in irgendwelchen Programmiersprachen, die sehr weit verbreitet sind, sich da Hilfe holen. Ich habe das auch schon mal ausprobiert. Das sieht dann auch tatsächlich plausibel aus und kann ja auch erstmal hilfreich sein als Inspiration, wenn man einen bestimmten Weg nicht gewusst hat oder so. Dann kann ChatGPT einem natürlich aushelfen, aber man muss natürlich nochmal prüfen, ob das dann auch korrekt ist. Ich habe letztens ein ganz lustiges Meme gesehen, also so ein Internetbildchen. Eigentlich bedeutet Meme ja was ganz anderes. Heutzutage bedeutet Meme, aber Internetbildchen mit lustigem Text. Und deswegen werde ich das jetzt auch so verwenden, weil ich ja kein erzkonservativer Nein-Meme bedeutet aber was anderes Mensch bin. Ich versuche es zumindest zu sein. Immer noch offen für Veränderung. Und dieses Meme sagte einfach nur, also war irgendein Bild, ich weiß nicht mal, ob das Bildchen irgendwas damit zu tun hatte, für Programmierer, dass hey, damit künstliche Intelligenzsysteme korrekte Computerprogramme erzeugen können, müssen Produktmanager das Produkt exakt und vollständig beschreiben können. Unsere Jobs sind also sicher. Das ist also gar kein Witz gegen KI, sondern ein Witz gegen Produktmanager, dass sie es nie schaffen, die Produktspezifikationen vollständig und korrekt abzugeben. Was übrigens auch gar nicht geht und auch gar nicht sinnvoll ist, ist vielleicht ein Thema für eine andere Episode, wenn ich mal wieder über Produktmanagement reden sollte. Aber es basiert natürlich auf dem Wissen, dass KI-Systeme selber doch, also gerade diese generativen KI-Systeme nicht intelligent sind im Sinne von, ich habe hier noch ganz viel Kontextwissen und wende das an und habe hier noch verschiedenste Methoden zur Hand. Wir haben halt einfach nur die Methode der generativen KI. Es wäre natürlich ein leichtes jetzt ChatGPT, das richtige Rechnen beizubringen, indem, wenn das System erkennt, hier geht es um eine Matheaufgabe, einfach eine algorithmische Lösung herangezogen wird. Das wäre dann aber eben nur dieser eine Bereich und ich glaube, da gibt es halt ganz, ganz viele Bereiche, wo man mit Speziallösungen deutlich besser zurecht käme, als bei einem generellen Large Language Model, LLM heißt das dann. Aber, ja, ich weiß nicht, ob wir dann irgendwo dahin kommen. Also das ist zumindest wichtig, das zu wissen. Und bei Bildern gilt das natürlich auch, wenn man irgendwie KI ein Bild generieren lässt, dann sind das alles nur halluzinierte, also elektrisch, elektronisch halluzinierte Sachen. Wir haben jetzt eine neue Funktion in Lightroom. letzte Woche gerade veröffentlicht, einen Radiergummi, mit dem man per KI bestimmte Bereiche des Bildes neu generieren lassen kann. Kennt man vielleicht auch von unseren Mitbewerbern. Und da wird halt ein bestimmter Bereich eines Fotos ersetzt durch etwas, wo das, was man da wegmachen wollte, halt nicht mehr da ist. Hintergrund sozusagen. Das System weiß aber natürlich gar nicht, was da ursprünglich im Hintergrund war. Also kann ja nicht durch die, also wenn da eine Person entfernt werden soll, die da eine Fotobomb gemacht hat, dann weiß der Computer natürlich nicht unbedingt, was dahinter war. Es sei denn, er hat irgendwie Zusatzwissen über die Szene, in der das entstanden ist. Aber selbst dann kann ja zufällig was anderes dort im Hintergrund gewesen sein. Noch eine dritte Person, die hinter dem Fotobomber stand oder so. Weiß es nicht. Also muss irgendwie ein Hintergrund halluziniert werden. Und die Systeme können das heutzutage in einer Qualität. Die denken sich dann halt ja, okay, es ist im Garten, links und rechts sind Büsche, dann war hier vielleicht auch ein Busch. Dann mache ich da halt einen Busch hin. Oder in Gärten kommen normalerweise Büsche vor, also mache ich da einen Busch hin. Das funktioniert wirklich erstaunlich gut mittlerweile, was da passiert. Man muss sich aber darüber im Klaren sein, dass das dann nicht der echte Busch ist, der da stand. Und dass das halt ein gefakter Busch ist. Und dass das Bild damit dann natürlich auch ein Fake ist. Also sobald man mit, ja, also Bildbearbeitung ist immer ein Thema. Für sich könnt ihr auch ein größeres Fass aufmachen, aber ein Bild an sich ist natürlich nicht die Realität, sondern ein Abbild der Realität. Das heißt, allein durch den Bildausschnitt verändere ich ja schon das, was überhaupt wahrgenommen hätte werden können. Das ist irgendwie, wenn ich ein Foto von der Person mache, dann kann ich das ja so eng zuschneiden, auch in der Nachbearbeitung, aber auch mit dem Objektiv, kann ich aber nah genug rangehen, dass der ganze Kontext raus ist. Also ich könnte zum Beispiel eine andere Person, die daneben steht, einfach weglassen. So, und damit habe ich auch vielleicht schon Realität verändert, wenn das wichtig gewesen wäre für den Kontext, dass dann noch eine weitere Person ist. Natürlich durch Farbveränderungen und so kann man auch schon ohne KI dann noch weitere Veränderungen vornehmen, beispielsweise irgendwie, wenn der Bürgermeister ein blaues Dakku anhatte und ich das dann in der Nachbearbeitung grün färbe. Das ist auch eine Veränderung der Realität, für die ich nicht unbedingt KI oder generative KI brauche. Aber wenn ich drei Personen habe auf einem Foto und die mittlere Person einfach wegretuschieren möchte, dann ging das bisher natürlich auch, war halt ein bisschen schwieriger. Mittlerweile ist es halt ein bisschen einfacher, dadurch, dass das System die mittlere Person automatisch auswählen kann und dann auch eben automatisch sich einen ausgedachten Hintergrund dazu auswählen kann. Und dadurch werden Bildmanipulationen natürlich nochmal intensiv anders. und einerseits muss man wissen, dass generierte Hintergrund nicht notwendig, also auf gar keinen Fall der echte Hintergrund gewesen wäre, wenn die dritte Person dann nicht gestanden hätte, sondern das ist halluziniert. Und dann wäre es natürlich noch ganz gut, wenn man als Betrachter des Bildes wüsste, dass dort etwas auf diese Art und Weise manipuliert worden ist. Und dafür gibt es auch eine neue Geschichte, die vielleicht noch gar nicht so viele Leute kennen. Und auch wenn das jetzt hier schon sehr weit ins Detail geht, möchte ich darauf eingehen, weil ich das wichtig finde, dass ihr das kennt. Es geht um Content Credentials und jetzt kommt ein Bereich, wo ich wirklich ganz wenig deutsche Wörter dafür habe, also Inhalts. Was sind denn Credentials? Was heißt Credentials auf Deutsch? Credentials und da benutze ich tatsächlich lieber das Internet und nicht JetGPT. Credentials Deutsch. So Referenzen, Inhaltsreferenzen vielleicht oder Beglaubigungsschreiben ist die bessere Zeugnisse. Genau, sowas ist die bessere Übersetzung. So Inhalts Beglaubigungsschreiben. Da gibt es eine Initiative, die heißt Content Authenticity Initiative, also Inhalts Echtheits Initiative. Und die haben sich etwas ausgedacht, das nennt sich C2PA 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 und das heißt ausgesprochen Coalition for Content Provenance and Authenticity. Also eine Koalition für Content, was heißt denn Provenance auf Deutsch? Deutsch. Herkunft oder Ursprung und Authenticity, also Echtheit sozusagen, Authentizität. Genau, da ist mein Arbeitgeber Adobe auch mit drin, aber nicht alleine, wenn auch treibend, aber zusammen mit ganz vielen anderen. diese C2PA, ich kürze das mal lieber ab, weil das ist ein bisschen langes Coalition for Content Provenance and Authenticity. Ich finde auch Authenticity ist kein einfaches Wort, das auszusprechen. Content Authenticity Initiative, CAI und C2PA. So, was ist denn das nun? Mit den Mechanismen, die sich diese Organisationen ausgedacht haben, die C2PA hat also eine Spezifikation aufgeschrieben, werden Content Credentials definiert und mit Content Credentials meint man Metadaten, die an digitale Artefakte, also wie zum Beispiel ein JPEG-Bild angehängt werden können und die dann eben signiert sind und zwar ganz ähnlich signiert, wie man schon seit 30 Jahren oder so E-Mails signieren kann, also mit kryptografischen Mechanismen, einem Private Key oder einem Public Key kann man quasi unterschreiben, kann jemand unterschreiben, dass ein Bild bestimmte Eigenschaften hat. So, und damit kann man zum Beispiel eine digitale Signatur zu einem Bild hinzufügen, wo ja, mit künstlicher Intelligenz bestimmte Sachen entfernt oder hinzugefügt worden sind. Und das ist dann ein Weg, dass dann, also diese Credentials, die müssen natürlich auch angezeigt werden können, untersucht werden können und dann geht das irgendwie. Klingt soweit ganz gut, hat natürlich ein paar Haken, denn der eigentliche Wert dieser Credentials ist, wenn man die komplette Kette der Bildbearbeitung so hat, dass da keine, also natürlich ist es schön, wenn man ein Bild hat, wo dran steht, hier wurde mit KI was gemacht, aber diese Content Credentials, die kann man leider sehr leicht entfernen. Also man muss nur ein Screenshot von einem Bild machen, hat man ein neues Bild und an dem sind dann eben keine Content Credentials dran, das heißt da steht dann nicht mehr dran, dass das mit KI bearbeitet worden sind, das heißt an einem Bild ohne Content Credentials kann man natürlich nicht sagen, ob da AI im Spiel war oder nicht, aber wenn man ein Bild hat, wo schon im Ursprung, also aus der Kamera Credentials dran stehen und dann auch in der weiteren Verarbeitungskette keine weiteren Credentials dazugekommen sind, die KI haben, dann kann man eben sagen, ja in diesem Bild wurde keine künstliche Intelligenz verwendet und das geht halt ganz bis feingranular runter, man kann sogar, am besten schaut ihr es euch selber mal an, es gibt unter Content Authenticity Verify, muss ich mal eben CI Verify, wenn man das googelt, Content Credentials ist die Domain, Content Credentials .org slash Verify, wenn man da mal hingeht oder einfach Content Credentials .org, da kann man sich das angucken, wie das am Ende aussieht und das ist ganz spannend, weil die Content Credentials dann eben auch beinhalten können, welche Bearbeitungsschritte sind, die wir vorgenommen werden. Es gibt übrigens auch schon Kameras, die können Content Credentials direkt mit in das Bild reinschreiben, also steht dann quasi in dem ursprünglichen Bild schon dran, dieses Bild wurde gemacht von einer Kamera, der Marke und jetzt muss ich Markennamen sagen, weil es gibt noch gar nicht so viele, die das tun, Leica war der Erste, der das auf den Markt gebracht hat, mit der Mfp, ist natürlich so eine 5000, 7000 Euro Kamera, ich weiß gar nicht, was die kostet, hat nicht jeder, aber wenn man belegen will, als das ein Foto nicht manipuliert worden ist, dann ist das auf jeden Fall eine sinnvolle Anschaffung, so eine Kamera zu haben, es kommen aber mehr, Sony hat jetzt die ersten Updates für Firmwares von bestehenden Kameras und Nikon ist auch Teil der Initiative, deswegen werden sie sicherlich auch irgendwann kontakült in sich ihre Bilder schreiben, so und dann geht es halt weiter, wenn dieses Bild dann weiterverarbeitet wird und die Software das eben auch kann, dann werden halt für Function Credentials reingeschrieben und wenn man Photoshop verwendet zum Beispiel und mehrere Bilder zusammenfügt, dann kann man quasi für jedes ursprüngliche Bild sich noch ein Thumbnail, also eine Miniatur des Bildes anzeigen lassen und genau nachverfolgen, was ist denn hier eigentlich gemacht worden. So und das ist dann wirklich hilfreich um herauszufinden, wie ist denn dieses Bild entstanden, was habe ich denn hier eigentlich in der Hand, was davon ist echt, stand dieser Pinguin wirklich in der Wüste oder hatte dieser Vogel wirklich eine Sonnenbrille auf. Kann man sich wahrscheinlich schon denken, dass es dann mit KI erstellt worden ist, aber mit diesen Content Credentials kann man das dann eben auch nachvollziehen und ja, es ist halt immer noch in der Entwicklung bei Photoshop und Lightroom bauen wir es gerade ein. Achso, das darf ich noch gar nicht sagen, weil das ist ja noch gar nicht ja, also es ist offensichtlich, dass es kommen wird diese Credentials mit reinschreiben, welchen Namen man da mit angeben will, wenn das ein besonderer Name ist, dann muss man das am besten auch mit einem echten Zertifikat, einem vertrauenswürdigen Zertifikat belegen können, sonst steht das da halt auch als Unverified drin. So, und dann kann man natürlich auch die Bearbeitungsschritte, also Zuschnitt oder Farbveränderung oder eben generative KI kann man dann noch mit reinschreiben. So, ich finde das eine gute Initiative, weil man dadurch halt vertrauenswürdiger im Internet kommunizieren kann und wenn man behauptet, dieses Bild ist echt, dann kann man es demnächst auch mit Credentials belegen und wenn man keine Content Credentials hat, dann ist halt die Frage. Und das ist halt ganz spannend, sogar Twitter, TikTok, die ganzen Social Media Seiten haben angekündigt, dass sie es auch unterstützen wollen, das heißt, wenn da ein Bild gepostet wird und da sind Content Credentials dran, dann wird man das erkennen können, was da für Credentials dran stehen und was mit dem Bild passiert ist. Das finde ich ganz gut. Ja, so, das war der Ausflug zum Thema Content Credentials. Ich war noch gar nicht fertig mit meinem Abschnitt zum Thema, was halte ich denn nun davon. Also, das ist alles mit sehr viel Vorsicht zu genießen. Es gibt natürlich Anwendungsfälle, die sind super. Und wenn ich ein Foto habe, wo irgendein Objekt drauf ist, was mich stört und ich das jetzt noch besser, noch hoch qualitativer wegmachen kann, klar, finde ich das auch hilfreich, das vereinfacht meine Kunst. Also, es ist halt immer noch Kunst. Ich habe immer noch ein Foto gemacht und wenn ich dann trotzdem was im Bild drin hatte, was ich während der Aufnahme nicht wegbekommen konnte oder wo ich nicht aufgepasst habe, kann ich es immer noch reparieren. Das ist natürlich toll, das macht mein Leben leichter und reicher und dass dann professionelle Fotoretuscheure, die irgendwie in der Dunkelkammer versuchen, Dinge durch Dodging und Burning irgendwie wegzumachen oder sonst wie was oder durch das Zuschneiden von Filmen, ich weiß nicht genau, was es da alles für Techniken gibt, die dann irgendwie hilfreich sind. Das ist schade, klar, aber es ist halt die Zukunft und ich glaube, dass es sehr, sehr viele Leute gibt, die sehr, sehr langweilige, repetitive Jobs haben, die irgendwie Werbetexte, Werbebildchen erstellen müssen, die wirklich nicht so wichtig sind, weil sie einfach nur Werbebildchen in einem Lidl-Katalog sind, also nicht, dass ich Lidl scheiße finde oder Werbebildchen im Lidl irgendwie doof finde, aber es gibt sicherlich künstlerisch anspruchsvollere Jobs als diesen, ich weiß es nicht genau, ich habe noch nie ein Werbebildchen für Lidl-Kataloge gemacht, aber ihr versteht, was ich meine. So, und wenn deren Jobs jetzt wegrationalisiert werden, weil diese Bildchen jetzt direkt vom Produktmanager per generativer KI erstellt werden, ist es natürlich schade, aber vielleicht ja auch die Möglichkeit, einen interessanteren und erfüllenderen Job zu machen. Genau, wie in der Industrie, da werden immer mal neue Maschinen erfunden und Arbeitsplätze wegrationalisiert und ich habe immer so den Eindruck, wenn Arbeitsplätze wegrationalisiert werden können, dann waren die vorher vielleicht einfach nicht besonders spannend. So, und wenn jetzt Softwareentwickler Angst haben, dass ihr Arbeitsplatz wegrationalisiert wird, weil man ja auch Software auf generativer KI erstellen kann, ich glaube, ja, kann sein, dass es in einzelnen Bereichen passiert, zum Beispiel, wenn ich mir den Source-Code für eine Webseite generieren will und ich Webentwickler bin und irgendein JavaScript für irgendwelche Funktionen auf einer Webseite programmiert habe, da könnten schon einige Arbeitsplätze wegfallen, aber wahrscheinlich auch nur deshalb, weil das halt ein relativ repetitiver Vorgang ist, sobald man das ein bisschen komplexer hat und Umgebungszustände, Anbindungen an Drittsysteme, sonst wie was, wo es halt ein bisschen komplizierter wird und wo man besser mehr Domänenwissen braucht und mehr Anwendungsfälle hat, wird das einfach so schnell nicht passieren. Glaube ich nicht. Welche wasch wird natürlich irgendwann vielleicht auch passieren, aber die Welt verändert sich halt immer. Ich weiß gar nicht, wie das bei Songschreibern ist. Also ich bin ja selbst auch Musiker. Ich glaube, dass so Radiomusik tatsächlich sehr einfach, also so Dödelfunkmusik, ich möchte jetzt auch niemandem zu nahe treten, indem ich irgendwelche Künstler nenne, die KI ersetzt werden könnten, aber so Fahrstuhlmusik und so, die kann wahrscheinlich doch sehr einfach jetzt irgendwie ersetzt werden, aber ich weiß, aus eigener Erfahrung und von Bekannten, die Profimusiker geworden sind, dass diese Jobs auch nicht wirklich erfüllend sind, sondern was man eigentlich als Musiker machen will, ist selber etwas erschaffen. Und wenn man das jetzt KI unterstützt machen kann, indem man sich Inspirationen holt und diese Inspirationen dann nutzt, um etwas Eigenes zu erstellen, das finde ich vollkommen legitim. Also auch der Job Künstler, Musiker wird sich verändern, weil manchmal hat man so ein leeres Blattphänomen und sitzt vor dem leeren Blatt und weiß nicht, was man schreiben soll, das kann schon hilfreich sein. Und wenn man dann einfach das Ergebnis nutzt, ohne was Eigenes daraus gemacht zu haben, ja, dann ist es halt genau das, es ist plausibel, aber halt nicht echt. Und wenn das für den Anwendungsfall okay ist, dann ist der Anwendungsfall halt vielleicht auch etwas, wo es nicht echt sein muss. Ein Hinweis an alle Schülerinnen und Schüler, die ChatGPT für ihre Hausaufgaben verwenden, das ist natürlich gut, dass ihr diese Software einsetzt, um eurem Ziel schneller näher zu kommen. Ihr dürft euch aber nie sicher sein, dass das, was da rauskommt, auch tatsächlich richtig ist. Ihr solltet es zumindest gelesen und verstanden haben, bevor ihr es abgebt. Und dann könnt ihr es eigentlich auch am besten noch einmal selber schreiben oder zumindest modifizieren. Denn wenn ihr es nicht tut, wenn ihr es einfach nicht lest und einfach so abgebt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendein Schwachsinn drinsteht, doch relativ hoch. Und das würde ich an eurer Stelle den Lehrern nicht zumuten. Die müssen dann nämlich rausfinden, warum steht denn hier so ein Quatsch? Ist der Schüler vielleicht doof oder hat er nur ChatGPT benutzt? Nein, Lehrer denken natürlich nie, dass Schüler doof sind, sondern Lehrer denken, dass Schüler vielleicht gerade eine schlechte Phase hatten oder nicht aufgepasst haben oder einfach etwas noch nicht verstanden haben und fragen sich dann, haben sie es eigentlich gut genug erklärt? Oder fragen sich dann, ich weiß nicht genau. Irgendwie so habe ich letztens mit einer Lehrerin unterhalten. Das war sehr interessant zu dem Thema, weil wie vermittelt man den Schülern denn jetzt, wofür man es einsetzen darf und sollte und wofür nicht? Denn das zu verbieten und zu sagen, das gibt es ja nicht, kann man natürlich machen, führt aber meistens nicht weit. Viel besser ist dann ja der Ansatz, genau zu erklären, was es denn tut, wie es denn funktioniert, worauf man sich verlassen kann, in Klammern übrigens auch nichts, und was man mit den Ergebnissen eigentlich tun kann. Also, dass man das als Inspiration durchaus nehmen kann, dass man vielleicht mal weiterspielen kann und dass man vielleicht ja auch mal gemeinsam als Klasse mit dem Prompt Engineering sich beschäftigt und überlegt, was sind denn gute Prompts, wie arbeite ich damit in Ergebnissen. Das ist schon alles ganz spannend, aber ich glaube, das ist nur die fortschrittlicheren Schulen und Lehrer wirklich drauf machen, weil das Konzept ist kompliziert. Es ist nicht einfach, das zu verstehen, wie das alles zusammenhängt, was da genau rauskommt, wie man damit arbeiten kann, was es für unterschiedliche Systeme gibt und die Sorge davor, die Sorge vor Veränderung, die ist übrigens ganz normal, die gab es schon immer, also bei jeder Veränderung und ich teile die Sorge bei der generativen KI, auch wenn es halt bestimmte Dinge im Leben leichter macht. Man muss sich nur bewusst sein, was man denn da tut und ich finde einen Song, der from scratch von Hand geschrieben ist, einfach schöner meistens. Nicht alle von Hand geschriebenen auf dem leeren Blatt entstandenen Songs sind natürlich schön, aber die Songs, die mich bewegen und die mich glücklich machen, die sind dann doch meistens so entstanden. Ich habe noch keine, wobei das Intro von Esel und Teddy, die haben ihr neues Intro mit Suno generiert, da freue ich mich schon immer, wenn das läuft, weil das lustig ist, aber das ist halt auch ein lustiger Podcast und die sind ja auch dazu da, um durch Witz zu inspirieren und naja, das ist zumindest schon ein KI-generiertes Songs Schnipsichern, das mir Freude bereitet, aber nur, weil ich es halt mit Esel und Teddy verbinde und wenn ich die Musik höre, dann weiß ich schon, ach, heute ist ja Montag, genau, ich nehme hier auf am Montag, dem 27. Mai und freue mich schon auf die neue Episode. Die Episode der letzten Woche fand ich übrigens echt anstrengend, ihr beiden Halunken, aber lustig, natürlich, wie immer, es gibt auch schlechter, würde ich sagen. Ja, jetzt habe ich ganz viel über Künstliche Intelligenz, Maschinen, Lernen, Generative KI, meine Haltung dazu, Content Credentials, habe ich noch irgendwas vergessen? Ach so, den ökologischen Aspekt von dem Ganzen noch, ne? Das ist nämlich nicht zu vernachlässigen, also, wer übrigens am meisten profitiert von dem Boom der generativen KI-Systeme, aktuell ist die Firma Nvidia, kennt ihr vielleicht von Grafikkarten für PCs, die stellen Chips her, so Grafik, Prozessoren, GPUs, heißen die, abgekürzt auf Englisch, und diese GPUs sind besonders gut darin, große Datenmengen parallel zu verarbeiten, und das ist halt zufällig genau das, was man für, nicht nur für ganz schnelles Darstellen von grafischen Inhalten braucht, berechnen von Polygonen bei Computerspielen, sondern eben auch für generative KI, und davon profitiert Nvidia gerade ganz stark, denn deren Chips sind irgendwie am besten da drin, das heißt, im Moment ist der Aktienkurs von Nvidia wahnsinnig hoch gestiegen, weil alle diese Chips brauchen vor allem die großen Betreiber von Rechenzentren, also Amazon zum Beispiel mit AWS, Amazon Web Services, die kaufen alles an Nvidia Chips auf, das sie irgendwie kriegen können, um da die entsprechenden Angebote machen zu können. Das heißt, generative KI ist sehr rechenintensiv, das Trainieren von so einem Model, ich habe es ja schon beschrieben, ich habe das vielleicht auch schon mal gesehen, bei ChatGPD, da gibt es unterschiedliche Model-Versionen und das sind sowohl unterschiedliche Modelle, also wie trainiert das, als auch unterschiedliche Trainingsdaten. Jedes Mal, wenn man so ein Modell trainieren will, dann kostet das sehr, sehr viel Rechenkapazität, um einem Modell dann mit Trainingsdaten eine bestimmte Fähigkeit beizubringen. Aber auch die Anwendung, dann wenn man so einen Prompt da reinschickt, ein fertiges Modell, um eine Antwort zu bekommen, das kostet halt Rechenkapazitäten. Das ist übrigens auch der Grund, warum OpenAI für ChatGPD dann auch in der Premium-Variante Geld haben will. Die haben nämlich wahnsinnig hohe Kosten, sowohl was das Trainieren der Modelle angeht, als auch die einzelnen Anfragen. Und da geht es nicht nur um Geld, es kostet, also wenn man sagt, es kostet Rechenkapazitäten, dann meint man damit nicht nur, man muss die Chips bezahlen und die Zeit, die die laufen, sondern es kostet eben auch Energie. Und zwar nicht zu knapp. Und damit sind wir beim ökologischen Aspekt von derzeitigen KI-System. Ich bin übrigens auch sehr vorsichtig damit, KI-Systeme zu benutzen und ich mache nicht so viele Spaß- Queries, wie ich es eigentlich vielleicht ganz gerne machen würde. Es macht wahnsinnig viel Spaß damit, rumzuspielen und Sachen auszuprobieren. Ich versuche es nur da einzusetzen, wo ich wirklich gerade etwas lernen will, was passiert hier, was passiert da oder wo ich es tatsächlich dann einsetzen möchte. Und naja, zumindest ist es genauso wichtig, bei der Verwendung von generativen künstlichen Intelligenzen auf Ressourcenschonung zu achten, wie zum Beispiel bei allen anderen elektronischen Dingen, die man so tut. also sinnlos mit dem Auto rumfahren, die Ortskontrollfahrt, könnte man vermeiden. Netflix laufen lassen, wenn man gerade gar nicht hinguckt, könnte man vermeiden, denn das verbrät auch ziemlich viel Energie, allein der Datentransfer, die ganzen Geräte, die darin involviert sind, die Daten von Netflix zu einem Endgerät zu transportieren. Und natürlich auch sowas wie Firefly oder irgendwelche anderen generativen KIs. Google übrigens auch, also jede Google-Anfrage verbraucht halt Energie. Das sollte man sich bewusst sein und entsprechend irgendwie sinnvoll damit umgehen. Und das ist jetzt nichts Neues bei generativer Energie, dass die generativer KI, dass die auch Energie verbraucht. Zum Glück größtenteils regenerative Energie. Also Amazon und andere Betreiber sind schon fast vollständig auf regenerative Energien umgestiegen. Das hilft aber natürlich nur so weit, dass man diese regenerative Energie in dem Fall, wo man nicht ganz viel mit generativer KI rumspielt, dann vielleicht für was sinnvoll einsetzen könnte. Den Zustand, dass wir einfach zu viel gewonnene Energie auf der Welt haben. Also Energie ist ja genug da, wir müssen es ja nur gewinnen. und nutzbar machen für uns und dass wir irgendwann zu viel nutzbare Energie haben, als dass wir sie irgendwie für sinnvolle Dinge benutzen könnten. Da sind wir glaube ich noch eine Ecke von entfernt. Vielleicht gar nicht mehr so weit, wie wir alle glauben. Wir sind zumindest auf einem sehr, sehr guten Weg. Aber ein bisschen müssen wir noch zusammenreißen, bevor wir Energie verschwenden können, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. So, jetzt habe ich aber auch genug Energie auf KI verwendet und ich komme zu Herrn Rilke, Rainer Maria Rilke. Wir sind in dem Kapitel wie heißt es denn? Steht hier gar nicht. Das erste Buch ist erster Teil von was? Das Buch der Bilder. Muss und es heißt aus einem April wieder duftet der Wald. Es heben die schwebenden Lärchen mit sich den Himmel empor, der unseren Schultern schwer war. Zwar sah man noch durch die Äste den Tag, wie er leer war, aber nach langen regnenden Nachmittagen kommen die goldübersonnen neueren Stunden, vor denen flüchtend an fernen Häuser Fronten alle die wunden Fenster furchtsam mit Flügeln schlagen. Dann wird es still, sogar der Regen geht leiser über der steine ruhig dunkelnden Glanz, alle Geräusche ducken sich ganz in die glänzenden Knospen der Reiser. Das ist aber schön. Ja, so gehen Gedichte, Herr Rilke, endlich. Nächste Woche gibt's, also in zwei Wochen, in der nächsten Episode gibt es die Mondnacht. Wir machen nochmal eine Notiz, damit ich auch weiß, dass ich hier war, 552 ist diese Episode nochmal. Und such mal das richtige Buch. Wo ist es denn? Das rote. Denn jetzt kommt der Herr Kant, der Manuel Kant, Kritik der reine Vernunft. Wir haben's bald. ist nicht mehr, also die paar Seiten, die noch über sind, sind nicht mehr so viele. Dann haben wir es endlich geschafft, die gesamte Kritik der reine Vernunft durchzulesen. Und ihr wart dabei. Ist das nicht schön? Wir sind in Band B auf Seite B 815. Das ist in der Transzendentalen Methodenlehre die Disziplin in Ansehung der Beweise. Damit Augen zu. und zugehört. Dann noch einmal weiter zu gucken, gute Absätze sind. Ich muss zugehen, weil Kant schaffe ich gar nicht so viele Seiten, bevor mir dann die Augen zufallen. Ja, Augen zugehört, habe ich schon gedacht. Die erste Regel ist also diese Niemand spricht über den Fight Club. Ne, wie war das? Das steht da gar nicht. Die erste Regel ist also diese keine transzendentale Beweise zu versuchen, ohne zuvor überlegt und sich desfalls gerechtfertigt zu haben, woher man die Grundsätze nehmen wolle, auf welche man sie zu errichten gedenkt und mit welchem Rechte man von ihnen den guten Erfolg der Schlüsse erwarten könne. Sind es Grundsätze des Verstandes, zum Beispiel der Kausalität, so ist es umsonst, vermittelst ihrer zu Ideen der reinen Vernunft zu gelangen, denn jene gelten nur für Gegenstände möglicher Erfahrung. Sollten es Grundsätze aus reiner Vernunft sein, so ist wiederum alle Mühe umsonst. Denn Vernunft hat deren zwar, aber als objektive Grundsätze sind sie insgesamt dialektisch und können einenfalls nur wie regulative Prinzipien des systematisch zusammenhangenden Erfahrungsgebrauchs gültig sein. Sind aber dergleichen angebliche Beweise schon vorhanden, so setzt der trüglichen Überzeugung das Non-Liquid eurer gereiften Urteilskraft entgegen und ob ihr gleich als Blendwerk desselben noch nicht durchdringen könnt, so habt ihr doch völliges Recht, die Deduktion der darin gebrauchten Grundsätze zu verlangen, welche, wenn sie aus bloßer Vernunft entsprungen sein sollen, euch niemals geschaffet werden kann. Und so habt ihr nicht einmal nötig, euch mit der Entwicklung und Widerlegung eines jeden grundlosen Scheins zu befassen, sondern könnt alle an Kunstgriffen unerschöpfliche Dialektik am Gerichtshofe einer kritischen Vernunft, welche Gesetze verlangt, den ganzen Haufen auf einmal abweisen. Ich, wie gesagt, heute ist Montag, Montage sind ja immer ein bisschen schwieriger, aber morgen soll die Episode rauskommen, deswegen musste ich heute aufnehmen und ich bin ein bisschen müde, aber wie auch immer, ist ja nicht so, dass ich bei den anderen Episoden am Ende immer noch vor Energie strotze. Ist halt auch ganz schön anstrengend hier, eine Stunde frei, schwafelnd vor dem Mikrofon zu sitzen. Müsst ihr mal ausprobieren, also Monolog kennt ihr alle, ihr habt alle schon mal mit euch selbst gesprochen, aber eine Stunde lang, kontinuierlich, ohne Skript, einfach nur mit ein paar Ideen, wo man sprechen sollte und dann abschweifen und wieder zurückkommen, ab und zu mal was nachschlagen vielleicht, das ist schon eine beanspruchende Sache, deswegen finde ich auch die Frage, wenn ich mal interviewt werde zum Einschlafen im Podcast, bist du dabei schon mal eingeschlafen, immer lustig, ob man bei so einer schwierigen Aufgabe, harter Arbeit irgendwie einschlafen könnte, aber müde wird man, weil es Energie raubt, ich hoffe, ich habe euch keine Energie raubt, sondern Entspannung, Ablenkung gegeben von euren eigenen Gedanken, sodass ihr aus euren Gedanken Karussells ausbrechen konntet und einschlafen konntet, vielleicht ist das ein oder andere hängen geblieben, vielleicht war es für den einen oder anderen auch interessant, so, dass er zuhören wollte, das tut mir leid, ich möchte ja, dass ihr einschlaft, vielleicht hört ihr euch noch eine andere Episode an, in der es um etwas komplett anderes geht, zum Beispiel Fotoobjektive ist sehr gut angekommen, außer bei Fotografen, Reiseberichte kommen immer gut an, es sei denn, bei den Leuten, die dort wohnen, die sind immer ganz aufgeregt, wo ich hingereist bin, weil sie wissen wollen, wie es mir bei denen gefallen hat, naja, so ist es halt sehr individuell, ihr seid alles Individuen, und wenn jetzt einer ich nicht rufe, dann teilt er meinen Humor, ich hab euch alle lieb, bis zum nächsten Mal, gute Nacht.